Wieser Rüssig von Deutschland. Sie hatten gerade die Qualifikation von Polvold. Wie waren Ihre Gems heute? Die Qualifikation sind immer hart. In Polvold muss man 100% geben. Man kann nicht 80% geben und es funktioniert nicht. Es war eine sehr wichtige Kompetition für mich und es funktioniert für mich. Die Gems sind bereits 4,71 Euro. Wie ist die Form? Ich bin glücklich, dass ich meine persönliche Besten dieses Jahr gemacht habe. Aber jetzt ist es nur auf dem Papier. In zwei Tagen sind wir alle zusammen mit 13 Mädchen. Und wir beginnen von der Grunde. Du hast bereits eine Bronze-Metal in den Europäischen Championships gewonnen. Was sind Ihre Expectations für Zürich? Natürlich, meine Expectations für mich sind die höchsten. Ich möchte alles tun, was ich kann. Ich versuche das und wir sehen. Es ist Polvold, was du niemals wissen. Hast du Dinge verändert, diese Saison? Nein, ich habe nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller auf der Runway. Ich arbeite immer mit Technik und schon seit vielen Jahren. Vielleicht hat es das Jahr funktioniert. Du bist heute auf der Runway. Wie ist es? Ist es ein guter Weg? Ja, das ist gut. W Annarlement come im Grunde. Es wäre die Verständnis amessa ...